So, dann sind wir mal wieder bei Folge 2. Wartet mal kurz. Ich musste nämlich nur mal die Tür zum Büro zumachen. Denn da draußen sind sie lauut. Ein Seltsling. Ey, hallo? So, ich musste nur noch mal die Tür ummachen. Ich dachte, mein wahnsinniger kleiner Bruder soll das tun. Zombie! Och, es leckt, es leckt! Ich hatte lecks. So, über Nacht sollte ich mich lieber nach Hause machen. Aber nicht, um sämtliche sichtbare Setzlinge hier einzustecken. So, ach. Achtet jetzt mal nicht auf den Lärm, der von da draußen kommt. Aber, oh Gott. Ich glaube, da müsste ich mal ein bisschen Verbindung trennen. Ich neue ein... Sorry, aber... Ciao!